hey ho liebe leute ein ganz kurzes info für die stelle ich werde nämlich außerhalb des uploads planen steht heute am montag den 20.04.2020 um 20 uhr animal crossing new horizon stream ich werde hauptsächlich so ein bisschen meine insel aufräumen und fruchte verkaufen die meine inseln gefühl fast am runterfallen sind deshalb wollte ich bitten dass ihr wenn ihr könnt heute um 20 uhr dabei seid und ich werde damit nämlich auf eure inseln reisen und ein bisschen meine fruchte da verticken die stars und da kannst du auch noch einen kleinen blick dann auch schon auf eure insel werfen um das für den letzten sonntag nachsohn also das ist samstag besser gesagt das ist der plan jetzt heute 20 uhr animal crossing new horizon livestream wo ihr dabei sein könnt weil ihr auf eure inseln fahr ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim zusehen von diesem info video komische abmoderation also ihr wisst bis heute macht's gut bis heute abend und ciao